Unglaublich. In einer bemerkenswerten Entwicklung hat der Bundesrat in Deutschland kürzlich drei Gesetze der Ampelkoalition abgelehnt. Eines der zentralen Gesetze, das vom Bundesrat abgelehnt wurde, ist das Wachstumschancengesetz. Dieses Gesetz wurde als entscheidender Teil der politischen Agenda der Koalition angesehen und zielte darauf ab, durch steuerliche Erleichterungen sowohl die Bürger als auch die Wirtschaft zu entlasten. Die Ablehnung dieses Gesetzes durch den Bundesrat ein Organ, das die Bundesländer vertritt, erfolgte hauptsächlich aufgrund von Bedenken hinsichtlich der finanziellen Lasten, die den Ländern und Kommunen durch das Gesetz auferlegt worden wären. Diese Entscheidung veranschaulicht die komplexen föderalen Strukturen in Deutschland, in denen die Länder signifikante Autonomie besitzen und dadurch die Fähigkeit haben, bundespolitische Entscheidungen herauszufordern. Neben dem Wachstumschancengesetz wurden zwei weitere Gesetzesvorhaben abgelehnt. Das Krankenhaustransparenzgesetz, initiiert von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, hatte zum Ziel, mehr Transparenz und Effizienz im Gesundheitswesen zu schaffen, stieß jedoch auf Widerstand. Die Novelle der Straßenverkehrsordnung, die unter anderem spezielle Fahrspuren für Elektro- und Wasserstofffahrzeuge sowie die Ausweitung von Tempo-30-Zonen vorsah, wurde ebenfalls zurückgewiesen. Diese Abweisungen illustrieren die Schwierigkeiten der Ampelkoalition, ihre legislative Agenda voranzutreiben und werfen Fragen bezüglich ihrer Fähigkeit auf, Kompromisse zu finden und unterschiedliche Interessen auszugleichen. Finanzminister Christian Lindner äußerte sich zudem in einem Interview mit dem Deutschlandfunk zur aktuellen Haushaltslage und erwähnte eine mögliche Klage der Union gegen die Aussetzung der Schuldenbremse für 2023. Er deutete an, dass, falls die Aussetzung nicht durchkommt, die notwendigen 40 Milliarden Euro möglicherweise durch Steuererhöhungen oder neue Schulden aufgebracht werden müssen.